Hallo, ich bin Carsten in Hohenlimburg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ich bin Carsten in Hohenlimburg. Hallo nochmal, ich bin heute, wie gesagt, in Hohenlimburg gestartet. Ich bin mal wieder im Sauerland unterwegs, seit langer Zeit mal wieder. Und ich habe mir hier eine Rundtour ausgesucht von Hohenlimburg zur Franzosen-Schanze. Was auch immer diese Franzosen-Schanze ist. Aber ich muss sagen, es hat sich schon gelohnt hier hinzufahren. Wirklich wieder eine ganz tolle Gegend hier. Ich bin in Hohenlimburg am Bahnhof gestartet. Und von da aus ging es dann bis jetzt die ganze Zeit stetig nur bergauf. Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück unterwegs und so kleine Aussichtspunkte habe ich schon erreicht. Und ich muss sagen, es hat sich schon gelohnt mal wieder ins Sauerland zu fahren. Wenn ihr Lust habt, bleibt ihr noch ein bisschen dran, begleitet mich noch ein Stück. Ja, den höchsten Punkt der heutigen Tour haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht es erstmal so auf dem Hochplateau, auf dem Bergrücken weiter. Wir haben es heute Sonntag, den 8. November. Ich bin ohne Jacke unterwegs. Und hier oben geht auch ein bisschen Wind. Aber es ist trotzdem sehr angenehm. Wer bei diesem Wetter zu Hause bleibt, der ist selber schuld. Und hier oben geht es einfach. Und hier oben geht es einfach, bis zu Hause. Untertitelung. BR 2018 Ja, ich habe gerade auf die Karte geschaut und sind also schon wieder weit über der Mitte der Strecke hinaus. Und ich weiß nicht, ob ich schon an der Franzosen-Schanze war, kann ich euch nicht sagen. Aber da hinten liegt mal wieder ein Baum im Weg. Ich steige jetzt hier gerade die letzten Meter nach Hohenlimburg ab. Ich kann da unten schon die ersten Häuser wieder sehen. Von daher will ich mich dann... Oh, hier ist ganz schön rutschig. Von daher will ich mich dann heute mal von hier aus verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.